Musik Guten Tag und herzlich willkommen zum IHK-Spezial-Webinar Bedarfsermittlung, Wasserstoffversorgungsnetz, wie melde ich Bedarfe an? Es geht um ein großes Zukunftsthema heute, Wasserstoff, welche Rolle kann und wird er für die Energieversorgung und für die Industrie spielen und was muss man heute dafür tun, dass das dann in 5 oder 10 oder 15 Jahren auch tatsächlich funktioniert. Das Thema Wasserstoffversorgungsnetz ist ein wichtiges Standortthema für Schwaben. Sie werden nachher in den weiteren Vorträgen einen Blick auf die deutsche Kernnetzstruktur werfen können, auf Karten können. Sie werden dort ein paar weiße Flecken auch im Bereich, nicht nur, aber auch im Bereich Bayerisch-Schwabens entdecken. Und unsere Sorge ist natürlich, das darf kein Standortnachteil werden auf längere Frist. Deswegen ist jetzt dieses Zeitfenster, in dem die Betreiber die künftigen Bedarfe abfragen, so entscheidend wichtig. Auch wichtig, dass jeder seine Bedarfe dort auch tatsächlich meldet und die entsprechenden Netzplanungen in Zukunft darauf abgestellt werden können. Wasserstoff ist ein Beitrag zur Energieversorgung, Prozesswärme, Mobilität, aber auch als Rohstoff eben ein Beitrag zur Dekarbonisierung. Wir wissen natürlich, das ist eine Lösung von mehreren, die in der politischen Diskussion sind, auch in der technologischen Diskussion sind. Aber gerade im Bereich der Industrie halten wir das für ein außerordentlich wichtiges Thema, weil wir sehen, dass es bislang in manchen Anwendungsfeldern eben keine technischen Lösungen gibt, wo man eine Alternative hätte. Wir klammern heute die Frage aus, wo kommt der Wasserstoff eigentlich her? Das ist ein Thema, da könnte man auch nochmal eine Extraveranstaltung zumachen. Deswegen lassen wir das heute beiseite, sondern wir konzentrieren uns eigentlich auf die Frage, wie wird dieser Wasserstoff künftig verteilt und wer erhält Zugang zu den Netzen und zum Wasserstoff selbst. Es geht also heute um eigene Belange der Energieverbraucher, aber eben auch, weil es um die Entwicklung eines Netzes geht, an dem dann ja viele angeschlossen sein werden, letztlich um ein unternehmerisches Gesamtinteresse für den gesamten Standort Schwaben. Unsere Ziele heute sind zum einen, Sie zu informieren über die Marktabfrage, wie die funktioniert, wie die gehandhabt wird. Dazu begrüße ich nachher zwei Referenten. Zum einen Herrn Richard Unterseher, Bereichsleiter für Netzmanagement bei der Bayernetz GmbH und Herrn René Schof, Geschäftsführer der Schwaben Netz GmbH. Die werden Ihnen erklären, wie das Vorgehen funktioniert bei der Anmeldung von Bedarfen und auch Ihre Fragen dann im Nachgang beantworten. Dazu haben Sie dann auch die Möglichkeit, Fragen tatsächlich im Chat zu stellen. Das können Sie gerne bereits während der Vorträge tun. Wir verfolgen das mit und versuchen dann auch anschließend, soweit wir Auskunft geben können, diese Fragen tatsächlich live hier zu beantworten. Die ganze Veranstaltung dauert eine Stunde, wird per Video aufgezeichnet und wird auch hinterher abrufbar sein. Den Link dazu bekommen Sie ebenso wie die Folien, die Sie heute gezeigt kriegen, im Nachgang per Meil zugeschickt. Voraussichtlich wird das morgen der Fall sein. Und so gehen wir vor. Herr Unterseher wird zunächst mal sozusagen von der bayerischen Ebene aus das Thema der Fernnetze beschreiben. Herr Schof wird dann auf die Verteilnetze eingehen. Danach haben wir eine knappe halbe Stunde Zeit hoffentlich für Ihre Fragen, die Sie direkt an die Referenten richten können. Und dann sind wir auch schon zu Ende. Ja, und damit, Herr Unterseher, würde ich dann gleich das Feld räumen und Ihnen überlassen. Vielen Dank. Vielen Dank für die ersten Worte. Mein Name ist Richard Unterseher von der Bayernetze in München. Die Bayernetze dürfte den meisten nicht bekannt sein. Die Bayernetze ist ein Fernleitungsnetzbetreiber. Genauso wie beim Strom gibt es zwei Netzebenen. Die Übertragungsnetzbetreiber in Strom und die Verteilernetze. Übertragungsnetzbetreiber hier in Schwaben ist die Amplion. Und Verteilernetze wie Stadtwerke Augsburg, wie die Lechwerke. Und das gleiche gibt es im Gas. Eben die Fernleitungsnetzbetreiber. Da gibt es zwölf in Deutschland, die die großen Mengen transportieren. Die großen Kunden hängen am Fernleitungsnetz. Und die Gasmengen werden dann übergeben an die Verteilernetze. Stadtwerke Augsburg, Schwabennetz. Und die bauen dann die Leitung und betreiben die Leitung dann bis zum Endkunden. Die Bayernetze ist ein rein kommunales Unternehmen. Gibt es seit 60 Jahren. Ausgegliedert aus der Bayern Gas. Und gegründet von den südbayerischen jeweiligen Stadtwerken. Wir sind mehrheitlich im Eigentum der Stadtwerke München. Und im großen Anteil auch der Stadtwerke Augsburg. Unser Netz geht von, wir sagen Regensburg, bis runter nach Kiefersfelden, rüber Richtung Lindau. Also ganz Oberbayern, Niederbayern, Schwaben, Teile der Oberpfalz versorgen wir. Und wollen auch jetzt in Zukunft die Transformation durchführen. Nicht nur die Umstellung des Leitungsnetzes auf Wasserstoff. Und gleichzeitig die Versorgungssicherheit im Erdgas erhalten. Sondern wir denken auch schon einen Schritt weiter. Es wird eine Dekarbonisierung erst möglich sein, wenn man auch für die nicht vermeidbaren CO2-Emissionen eine Lösung findet. Zum Beispiel Zementwerke, Kalkbrenner, Müllverbrennungsanlagen. Dieses CO2 muss auch abtransportiert werden. Und da haben wir mit Copeline auch eine Vision für Bayern entwickelt. Aber gehen wir auf das Hauptthema heute. Die Transformation und wie kommt der Wasserstoff zu Ihnen, zu den jeweiligen Bedarfen. Dort gibt es zwei Schritte. Die erste Stufe ist, eine Grundinfrastruktur in Deutschland aufzustellen. Sozusagen die Autobahnen durch Deutschland, um erst einmal die Grenzübergangspunkte, große Erzeugungen und große Verbrauche miteinander zu verbinden. Dort gibt es eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, die vorschreibt, ein deutschlandweites, effizientes, schnell realisierbares und ausbaufähiges Wasserstoffkernnetz zu bauen. Dort wurden gewisse Annahmen gesetzt, dass man ein Netz modellieren kann. Dieses Netz, das letztes Jahr im November veröffentlicht worden ist als Entwurf, beruht erst einmal auf einem Top-Down-Ansatz. Gewisse strategische Bedarfe, große Bedarfe, die gedeckt werden sollen. Wichtig ist, dass die Inbetriebnahme bis Ende 32, also jetzt in 8,5 Jahren, sein wird. Und dass die Zusammenarbeit der Leitungsnetzbetreiber geregelt ist. Dass die Fernleitungsnetzbetreiber untereinander, aber auch ganz wichtig, um den Wasserstoff in die Region zu bringen, den Wasserstoff, also mit den Verteilnetzbetreibern, mit den Stadtwerken, mit den Regionalversorgern zu sprechen, dass wir hier größtmöglich bestehende Infrastruktur nutzen können. Deshalb auch ganz wichtig, schnell realisierbar. Schnell realisierbar ist ein Kernnetz nur, wenn man größtmöglich bestehende Leitungen nutzt und umstellt auf Wasserstoff. Wenn man alles neu bauen würde, würde dieser Zeitplan gar nicht realistisch sein. Kernnetz sind über ganz Deutschland circa 10.000 Kilometer und davon werden geplant 6.000 Kilometer aus dem bestehenden Erdgastransportnetz umgestellt auf Wasserstoff. Und circa 4.000 Kilometer müssen nach der aktuellen Planung aber neu gebaut werden. So sieht das Wasserstoffkernnetz in ganz Deutschland aus. Wichtig ist hier auch die Farben. Grün, das sind Einspeise-Langkreise, Einspeise-Regionen, wo Wasserstoff erzeugt wird oder über Grenzübergangspunkte, über Importkorridore nach Deutschland transportiert wird. Und rot sind die Bedarfsschwerpunkte. Zu den Importkorridoren werde ich nach ein paar Folien diesen Vortrag dranhängen, die die IHK dann demnächst Ihnen zusendet. Auf ganz Deutschland bezogen, aus ganz Bayern bezogen, arbeiten drei Fernleitungsnetzbetreiber zusammen, um innerhalb Bayern das zu verteilen. Das sind 685 Kilometer Umstellung und nur 280 Kilometer Neubau. Also da ist das Verhältnis für Bayern schon etwas besser. Können wir vielleicht auch etwas besser agieren und schneller den Wasserstoff dann in die Regionen bringen. Wasserstoffkernnetz, die Bedarfe, die dort angesetzt sind, sind aber keine priorisierten Bedarfe. Das heißt, wenn bei der Auslegung des Kernnetz zum Beispiel eine große Raffinerie, ein großer Industriebetrieb angesetzt worden ist, heißt das aber nicht, dass der Wasserstoff für diesen Betrieb vorgesehen ist und nur diese Mengen transportiert werden können. Sondern das ist im Grunde nur ein planerischer Top-Down-Ansatz, um das Netz zu modellieren. Jetzt kommt Ihre Zeit, dass Sie bottom-up Ihre Bedarfe ermitteln in Unternehmen und die dann in diese zweite Stufe einbringen, in die integrierte Netzentwicklungsplanung. Und hier ist es nicht so, dass die Leitungen die Kapazität voll besetzt ist durch andere, sondern Sie gestalten jetzt das Wasserstoffkernnetz mit und Sie gestalten auch den weiteren Ausbau des Wasserstoffnetzes in die Region hinaus, in die Regionen, die aktuell noch nicht über das Kernnetz erreicht werden können. Ich habe hier aus dem Kernnetz einmal die Schwaben herauskopiert. Man sieht, dass Schwaben relativ weiße Flecken sind, dass hier nicht wirklich große Bedarfe gemeldet worden sind. Es gibt immer noch das Gerücht, dass der Wasserstoff nach Bayern erst in den übernächsten Jahrzehnten kommt. Das ist definitiv nicht der Fall. Die Planungen für die Importkorridore sind sehr, sehr engagiert, sprechen schon 2030, vielleicht 2032. Aber dann würde aus den Importkorridoren an den Grenzen Deutschlands Wasserstoff anstehen. Und das Wasserstoffkernnetz, deshalb muss das auch bis 1932 funktionsfähig sein, das Wasserstoffkernnetz vernetzt diese ganzen Importkorridore. Deshalb ist es egal oder soll es egal sein, ob ein Importkorridor aus dem Norden oder aus dem Süden oder aus dem Westen kommt. Übers Kernnetz wird das verteilt und kommt dann auch hier in Bayern und in Schwaben an. Deshalb ganz wichtig, dass Sie jetzt Ihre Bedarfe melden bei der Marktabfrage, weil Sie bestätigen damit die Auslegung des Kernnetz, geben dem Kernnetz dann nochmal diese Bestätigung, dass der Top-Down-Ansatz soweit richtig war. Sie schaffen damit die Grundlagen des zukünftigen Wasserstoffnetzes in Süddeutschland, in Bayern, in Schwaben. Und Sie schaffen für Ihr Unternehmen eine weitere Option zur Dekarbonisierung. Weil Sie müssen für Ihr Unternehmen eine Strategie aufbauen, was können Sie dekarbonisieren und wie können Sie es dekarbonisieren. Und mit Wasserstoff haben Sie eine zusätzliche Option, die Sie technologisch, wirtschaftlich prüfen müssen. Ist das für Sie eine Lösung? Wenn ja, dann soll die Infrastruktur aber bereitstehen, dass Sie den Wasserstoff auch bekommen. Ich habe jetzt schon übergeleitet in die zweite Stufe des Wasserstoffhochlaufs. Wie gesagt, das bestätigt das Kernnetz, das macht die Bedarfe transparent und die weißen Flecke auf der Landkarte können dann mit zusätzlichen Leitungen dann wieder erreicht werden. Deshalb ganz wichtig, dass Sie hier bei dieser Abfrage teilnehmen. Diese Abfrage wird energieübergreifend im Strombereich und die Fernleitungsnetzbetreiber machen das gemeinsam. Und das ist ein rollierender Prozess. Diese zweite Stufe des Wasserstoffhochlaufs, diese integrierte Netzentwicklungsplanung, die findet alle zwei Jahre statt. Das gibt es schon im Netzentwicklungsplan Strom und im Netzentwicklungsplan Gas, wird das jetzt angepasst, Wasserstoff integriert und alle zwei Jahre wird solche eine Umfrage stattfinden. Also wenn Sie aktuell noch nicht so weit sind, dass Sie schon was melden können, haben Sie in zwei Jahren wieder auch die Zeit. Wenn Sie aber vorne mit dabei sein wollen, dann machen Sie die Arbeit, prüfen Sie, was Sie zukünftig in den nächsten fünf oder zehn Jahren für einen Wasserstoffbedarf haben. Diese Bedarfe gehen dann in einen Szenariorahmen ein. Das ist die Grundlage für die Modellierung eines Wasserstoffnetzes. und der Szenariorahmen wird dann veröffentlicht, wird konsultiert, können die Marktteilnehmer sich dann auch noch eine Stellungnahme abgeben und der wird von der BNZ-A bestätigt und ist die Grundlage für den Ausbau des Netzes. Bitte beachten Sie, alle Meldungen, die Sie in der Vergangenheit an irgendwelche Stellen gemacht haben, auch an uns oder an die Schwabennetz oder Stadtwerke Augsburg, diese Meldungen sind nicht relevant mehr für den Netzausbau. Dieser rollierende Prozess geht immer von aktuellen Meldungen aus und deshalb ist so eine Marktauffrage wieder, man steht auf Null und es beginnt jetzt wieder mit den aktuellen Bedarfen. Deshalb nicht zurücklehnen und sagen, ich habe mit Herrn Utterseher oder mit Herrn Schof schon vor einem halben Jahr gesprochen und gesagt, was wir brauchen. Nein, es ist jetzt der offizielle Prozess. Hier müssen Sie aktiv werden und Sie müssen dort auch jetzt bis zum 22. März Ihre Meldungen abgeben. Die Übertragungsnetzbetreiber und die Fernleitungsnetzbetreiber haben eine Webapplikation geschaltet, wo man über das Internet dann die Bedarfe eintragen kann. Wenn man da draufklickt, dann würden Sie dieses Fenster sehen, wo Sie dann auswählen können, ob Sie im Bereich Strom, Power-to-Gas-Anlagen oder im Wasserstoffbedarf etwas welten wollen. Aber wenn Sie nicht am Fernleitungsnetz hängen, brauchen Sie hier bei dieser Webabfrage auf dem Portal sich nicht einzutragen, sondern Sie haben einen komfortableren Weg. Und zwar wenden Sie sich an Ihren bisherigen lokalen Gasverteilnetzbetreiber. Das sind in der Region hier in Schwaben ist das die Schwaben-Netz und an dem hängen Sie jetzt schon. Das ist Ihre Infrastruktur. Wir wollen ja größtmöglich bestehende Infrastruktur nutzen. Deshalb stimmen Sie sich mit dem Gasverteilnetzbetreiber ab und melden Sie dann über die Bedarfe, die Sie haben bei dem Verteilnetzbetreiber und der Verteilnetzbetreiber bringt das dann in den Netzentwicklungsplanprozess mit ein. Hängen Sie am Fernleitungsnetz, dann nehmen Sie entweder mit uns Kontakt auf, mit der Bayernetz oder tragen Sie selbst in dieses Webportal ein. Wenn Sie an die Verteilnetzbetreiber gehen und die Verteilnetzbetreiber informieren über den Bedarf, bitte nicht am 20., 21. oder 22., sondern baldmöglichst, dass man auch Daten verifizieren kann, aufbereiten, dass die Kollegen von den Verteilnetzbetreibern dann auch ausreichend Zeit haben, um die Daten entsprechend zu prüfen. Das wären unsere Ansprechpartner. Aber ich freue mich jetzt an den Herrn Schof, Geschäftsführer von der Energie Schwaben, zu übergeben, der Ihnen dann die Wege und die Abwicklung hier in Schwaben beim Verteilnetzbetreiber mitteilt. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen zu dem Webinar hier in die Runde. Mein Name ist René Schof, ich bin Geschäftsführer der Schwaben Netz GmbH. Die Energieschwaben ist unsere Muttergesellschaft und wir als Schwaben Netz GmbH sind hier ein großer Verteilnetzbetreiber in Bayerisch Schwaben, so von Nördlingen bis runter zum Alpenrand Allgäu, Füssen, die Ecke, treiben ungefähr 7000 Kilometer Verteilnetz. Viele von Ihnen werden uns kennen, denn wir haben geschäftliche Beziehungen miteinander. Viele von Ihnen hängen bei uns am Verteilnetz, beziehen heute Erdgas. Ja, der Unterseher hat es schon sehr klar zum Ausdruck gebracht, welche Bedeutung diese aktuelle Bedarfsermittlung für die Ausgestaltung eines zukünftigen Wasserstoffsystems hat. Zum einen natürlich Fokus aktuell auf das Kernnetz, auf die großen Transportstrecken, round about 10.000 Kilometer in Deutschland. Aber er hat eben auch sehr klar darauf hingewiesen, am Ende geht es nur gemeinsam über eine integrierte Netzplanung, denn letztlich muss der Wasserstoff ja dann auch von der Transportebene zu Ihnen an die Bedarfsstellen gelangen. Wir als Schwaben Netz haben in den letzten Jahren intensiv unser Netz uns angeschaut und haben uns die Technik zu Gemüte geführt mit dem Ergebnis, dass ein ganz, ganz großer Teil, nämlich ungefähr 95 Prozent unserer heutigen Infrastruktur, tatsächlich Wasserstoff-ready ist für die Zukunft. Und diese Bedarfe, die wir jetzt hier ermitteln, sind für uns auch sehr, sehr hilfreich, in eine detaillierte Netzplanung für die nächsten Jahre gehen zu können, um in sogenannten Umstellzonen festzulegen, wie der Wasserstoff dann sukzessive von Nord nach Süd oder von Ost nach West, je nachdem, was sich ergibt, zu Ihnen an die Bedarfsstellen kommt. Und wie es Herr Unterseher eben gesagt hat, werde ich es hier beispielhaft einmal zeigen für unsere Gesellschaften, die Schwaben Netz GmbH, die Schwaben Netz Regional GmbH und die Econetz GmbH. Andere Netzbetreiber hier im Umfeld, mit denen wir im engen Kontakt stehen, werden ähnliche Wege aufzeigen, wie Sie die Meldungen abgeben können für den Bedarf an Wasserstoff, den Sie in Ihrem Hause sehen. Wir unterscheiden dabei in zwei wesentliche Gruppen. Sie sehen es auf der linken Seite einmal die sogenannte SIPLA-Kunden. SIPLA, dahinter verbirgt sich schlicht und ergreifend die Sicherheitsplattform GAS. Das sind Kunden, die bei uns entsprechend gelistet sind mit einer Anschlusskapazität von größer 10 Megawatt. Das sind rund 50 Kunden bei uns im Netzgebiet. Die werden wir ab morgen beginnend direkt über die bekannten Mailadressen kontaktieren. Sie werden ein Excel-Formular von uns erhalten mit der Bitte, dieses auszufüllen und uns dann über die Schwaben Netz zurückzukoppeln. Wir werden das Ganze, wie von Herrn Unterseher beschrieben, konsolidieren und dann entsprechend an die Bayern Netz, also unseren vorgelagerten Netzbetreiber, weitermelden. Für alle von Ihnen, die Anschlusskapazitäten kleiner 10 MW haben, und das sind bei uns im Netzgebiet ca. 800, werden wir versuchen, auf der einen Seite prognosebasierte Abschätzungen zu machen und zu ermitteln, welcher Wasserstoffbedarf ergibt sich mittel- und langfristig. Zum anderen haben auch Sie die Möglichkeit, wenn Sie heute konkrete Bedarfe sehen für die nächsten Jahre, diese uns zu melden. Und Sie sehen am unteren Rand dieses Slides hier eine Adresse, die schwaben-netz.de slash Wasserstoffabfrage. Wenn Sie diesem Link folgen, dann landen Sie auf unserer Internetseite. Willkommen zur Marktabfrage für Wasserstoffprojekte. Und wenn Sie dann auf dieser Seite auf den orangenen Button klicken, dann wird sich eine Excel-Tabelle öffnen, die Sie herunterladen können. Die sieht in etwa so aus. Das ist jetzt ein Auszug daraus. Und dort drin werden Daten abgefragt. Und deswegen auch noch mal mein Appell an alle. Herr Unterseher hat es eben gesagt, machen Sie das bitte zeitig. Es ist ein bisschen was auszufüllen an der Stelle. Wir müssen dort verschiedene Daten erheben und abfragen, um die darauf folgende Konsolidierung bestmöglich und optimal für alle durchführen zu können. Und basierend auf Ihren Meldungen würden wir dann entsprechend als Schwaben-Netz, als Verteilnetzbetreiber hier in der Region, die Meldungen dann entsprechend an die Bayern-Netz für die integrierte Netzplanung weitergeben. Sollten Sie beim Ausfüllen dieser Tabelle auf Hindernisse stoßen, sollten Sie Fragen haben, dann werden Sie auf dieser Seite, wenn Sie weiter dann runterscrollen, das ist hier noch leider ein Screenshot, finden Sie eine Telefonnummer, Sie finden eine E-Mail-Adresse. Scheuen Sie sich nicht, uns zu fragen. Wir werden nach bestem Wissen und Gewissen helfen und werden Sie unterstützen, so dass wir hoffentlich die weißen Flecken in Bayerisch-Schwaben, die wir auf der Kernnetzkarte gesehen haben, in der Zukunft einfärben können. Und dass wir eine solide Grundlage für die Wasserstoffbedarfsermittlung für die nächsten Jahre hier in der Region haben. Damit bin ich mit meiner Präsentation am Ende. Ich hoffe, der Herr Unterseher und ich konnten Ihnen einen detaillierten Überblick geben, was verbirgt sich hinter der aktuellen Marktabfrage, warum ist sie wichtig, was hat sie für die Zukunft für eine Bedeutung. Und wir würden jetzt in eine gemeinsame Diskussionsrunde starten und scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Wir versuchen alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Herzlichen Dank. Kennen Sie unser digitales Infocenter? Damit bleiben Sie auf dem aktuellen Stand. Wählen Sie Ihre Interessensgebiete aus und wir informieren Sie gezielt über aktuelle Gesetzesänderungen, Veranstaltungen oder wichtige Informationen Ihrer Branche per E-Mail. Mit Ihrer Einwilligung publikieren Sie von diesem hilfreichen Service. Vielen Dank für die Erklärungen, wie die Bedarfsnetzabfrage funktioniert, auch wie sie terminiert ist, dass man auch möglichst nicht alles bis zum letzten Tag schieben sollte, sondern sich vielleicht gleich mit dem Thema beschäftigen sollte. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch noch ein paar Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Ich würde es auch gerne nutzen, um sozusagen in Richtung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer einen kleinen Appell loszuwerden. Vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit oder den Wunsch zu sagen, inwieweit Sie sich mit dem Thema Wasserstoff bereits beschäftigen. Wollen Sie Wasserstoff einsetzen für die Energieversorgung? Wie konkret planen Sie das und so weiter und so fort? Auch dazu freuen wir uns über Beiträge im Chat gleich. Die erste Frage im Chat lautet, Wie verbindlich ist denn diese Bedarfserhebung, wenn ich zwar jetzt Bedarf hätte, aber aufgrund der langen und ungewissen Umsetzungszeit andere technische Lösungen in der Zwischenzeit vielleicht wähle und mein Bedarf dann am Ende wegfällt? Also wie sehr muss man sich festlegen, wenn man heute sagt, ich äußere mich und beziffert einen Bedarf? Diese Marktabfrage ist eine unverbindliche Abfrage. Aber trotzdem soll die sehr sachgerecht und fachlich korrekt abgegeben werden und ermittelt werden. Wir haben Meldungen von Unternehmen, die eins zu eins ihren bisherigen Energieverbrauch als Wasserstoffbedarf gemeldet haben. Da macht man sich etwas zu leicht. Man sollte wirklich in die Anwendung gehen und zu sagen, was kann ich technologisch, was kann ich wirtschaftlich wieder dekarbonisieren? Und dann gibt es Anwendungen, unter anderem Hochtemperatur, stoffliche Nutzung und so weiter, wo ich Wasserstoff benötige oder wo es wirtschaftlich, technologisch Sinn macht. Diesen Bedarf bitte herausschälen und diesen Bedarf dann melden. Also nicht einfach machen, nicht zu sagen, ich mache den sehr, sehr klein, weil der am teuersten sein wird oder weil ich da noch am wenigsten Kenntnisse habe, sondern irgendwo eine gesunde Einschätzung, wie sich Ihr Unternehmen, Ihr Bedarf in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln kann. Deshalb nicht einfach machen, in die Analyse gehen und in eine Dekarbonisierungsstrategie reingehen und sagen, was mache ich wie. Aber es muss heute niemand damit rechnen, der einen Bedarf von, wir setzen das Beispiel 10 Megawatt, da hinschreibt, dass er dann irgendwann mal von Ihnen darauf festgenagelt wird, du musst jetzt auch die 10 Megawatt abnehmen. Damit rechnen Sie nicht, das ist nicht Teil der Abfrage, sondern das wird sich dann ausgleichen über andere, die mehr brauchen, als Sie heute melden und andere, die eben weniger brauchen. Es gibt keine juristische Verbindlichkeit dafür. Das, was im Netzentwicklungsplan Gas, Wasserstoff gemacht wird, ist im Grunde die Infrastruktur für ganz Deutschland, für Regionen zu erschließen. Wenn Herr Schoft dann irgendwann den Hausanschluss, den Wasserstoff für Sie baut oder den Hausanschluss umstellt, da werden Sie sich verpflichten müssen. Aktuell ist diese Umfrage unverbindlich, aber soll im Grunde keine Mondnummer sein, sondern es soll wirklich eine belastbare Planungsgröße sein, weil es werden damit hohe Investitionen in der Infrastruktur verursacht oder angestoßen. Vielleicht darf ich noch einen Satz ergänzen dazu, warum auch das, was Herr Unterseher sagt, uns als Infrastrukturbetreiber sehr wichtig ist. Wir haben ja beim Wasserstoffmarkthochlauf im Moment so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ja, es wird immer die Frage gestellt, bedarf ich jetzt hier? Sie können zu Recht fragen, naja, wie kommt er denn zu uns? Und genau dieses Henne-Ei-Problem versuchen wir damit jetzt natürlich aufzulösen. Denn wenn wir eine belastbare Infrastruktur haben, die dann existiert, Kernnetz 32, entsprechend flankiert mit Verteilnetzumstellung, dann besteht ja die Möglichkeit, Wasserstoff zu beziehen. Wenn heute niemand Bedarfe meldet oder wenn Bedarfe gemeldet werden, die nicht realistisch sind, dann gibt es am Ende eine Infrastruktur, die nicht zu dem passt, was sich über die Zeit entwickelt. Also was Herr Unterseher sagt, komplett richtig. Es ist unverbindlich. Nichtsdestotrotz hilft es uns allen, uns auf dem Weg der Dekarbonisierung mehr Sicherheit zu geben. Und ich denke, der Zeithorizont ist ausreichend genug jetzt im Moment. Und wie Herr Unterseher sagte, wer jetzt bei dieser Abfrage noch nicht ganz sicher ist und noch nicht weiß, in zwei Jahren wird dieser Prozess rollierend wiederholt werden. Und dann ist die Tür wieder offen und jeder kann entsprechend Bedarfe melden. Ergänzend noch dazu, viel melden hilft nicht viel, sondern es soll wirklich zukunftsorientiert geplant und realisiert werden. Deshalb realistische Meldungen bitte. Viel Bedarf melden hilft nicht viel, aber wenn viele ihren Bedarf melden, hilft es natürlich schon, weil es dann dazu beiträgt, die Schwankungen auszugleichen in den Ungenauigkeiten der einzelnen Meldungen. Genau, richtig. Welche Energieträger, Strom, Öl und oder Gas, macht den Wasserstoff Ihrer Ansicht nach als Ersatzenergieträger wirtschaftlich Sinn? Das heißt, was muss man vielleicht in eine solche Rechnung einsetzen als Bezugsgröße? Nun, ich denke, Sie hatten es ja vorhin auch schon gesagt, wir müssen uns alle auf den Weg machen, zu dekarbonisieren. Wir haben in Deutschland das Ziel, bis 2045 uns als Gesellschaft zu dekarbonisieren. In Bayern sind das schon fünf Jahre eher, 2040. Das heißt also, am Ende muss jeder von klein bis groß sich überlegen, wie er dieses gesetzliche Ziel, was verabschiedet worden ist, erreichen möchte. Und es gibt sicherlich ganz viele technologische Möglichkeiten und erinnern sich an die große Diskussion des Gebäudeenergiegesetzes im letzten Jahr, was sehr dogmatisch am Anfang in Richtung Wärmepumpe im heimischen Heizungskeller ging, aber nach intensiven Diskussionen und Besprechungen eben doch eine Technologieoffenheit mittlerweile hat. Denn letztlich die eine Lösung für jeden Einzelnen gibt es nicht. Also was will ich damit sagen? Wasserstoff wird im stofflichen Bereich sicherlich eine sehr, sehr große Rolle spielen, wo er heute schon eine Rolle spielt. Er wird im Hochtemperaturbereich eine Rolle spielen. Er wird in den Bereichen eine Rolle spielen, die man zwangsläufig nicht mit elektrischen Strom dekarbonisieren kann. Wir stehen hier als Ingenieure und es ist manchmal eben nicht vorstellbar, wie bestimmte Prozesse tatsächlich mit Elektronen dekarbonisiert werden sollen und können. Wir werden am Ende eine Kombination aus Molekülen und Elektronen brauchen und diese Technologieoffenheit, die sollten Sie mitnehmen. Sie sollten sich selbst Ihre Unternehmen anschauen und die kennen Sie am besten, was geht. Und das Ganze ist sicherlich auch immer so ein Stück weit dem Zieldreieck der Energieversorgung folgend. Es muss bezahlbar sein, es muss versorgungssicher sein und es muss am Ende eben diesen Umweltschutzanforderungen genügen. Vielen Dank. Eine weitere Frage aus dem Chat. Wie sieht denn die Hochentwicklung des Wasserstoffs in Mengen nach Jahren aus? Wie ist die Zusammensetzung des Gases nach Farben? Das ist eigentlich eine andere Frage dann. Grün, Grau, Blau etc. Es wurde der Importkorridor erwähnt. Das heißt, wie viel Prozent Wasserstoff wird Ihrer Einschätzung nach künftig dann tatsächlich importiert? Klammer auf und kommt dann durch die Fernleitungsnetze und die Verteilnetze zu den Verbrauchern. Klammer zu. Ich einmal auf das Thema Importkorridore und Mengen. In diesem Top-Down-Ansatz für das Kernnetz geht man von 40 oder 50 Prozent Wasserstoffproduktion in Deutschland aus, aber mit einem sehr hohen Importanteil von 50, 60 Prozent. Importanteil, ich habe die Importkorridore schon angesprochen, werden sechs Importkorridore aktuell entwickelt, die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, die Infrastruktur unterschiedlicher Aufwand hat. Und von dem her weiß man nicht genau, welcher dieser Importkorridore als erster realisiert wird. Aber man braucht im Grunde dieses Kernnetz, um, wenn die nördlichen Importkorridore als erster kommen, dass er auch runter nach Bayern kommt. Das zu dem Thema 40, 60, 50, 50. Das sind aber Studien, Prognosen. Wir werden stark abhängig sein aus Importen. Das ist schon mal klar. Waren wir in der Vergangenheit mit Energie auch? Ob das jetzt Öl oder Gas ist? Und wir werden das in Wasserstoff auch sein. Aber wir müssen die Quellen diversifizieren, dass wir nicht zu sehr von einzelnen Regionen, einzelnen Ländern abhängig sind. Zum Thema Farben. Der Netzbetreiber ist Farbenprint. Der betreibt im Augenblick in dem Methan-Erdgas-Transportverteilernetz. Ist auch Biogas. Es ist Erdgas, teilweise synthetisches Gas, ist dort schon mit drin. Die Moleküle sind nicht angemalt. Von dem her, wir sind jetzt im Gastransport schon farbenblind. Und wir werden auch farbenblind im Wasserstofftransport sein. Das wird dann, ob es ein grüner, ein blauer, ein türkiser Wasserstoff ist, entsprechend der Produktionsarten, das wird ziemlich sicher über ein Zertifikate-System gehen, wie es jetzt schon im Strom- und im Methan-Transport ist. Von dem her, das Kernnetz und das Verteilernetz im Wasserstoff wird ein reguliertes Netz sein. Und da hat jeder das Recht, Wasserstoff einzuspeisen und Wasserstoff dazu beziehen. Egal, welche Farbe es hat. Das spielt für das Rohr sozusagen keine Rolle. Werden die passenden Ansprechpartner aller Verteilnetzbetreiber und ihrer Webseiten irgendwo gesammelt genannt? Gibt es das? Bietet die Bundesnetzagentur sowas? Oder reicht es, sich auf der lokalen Ebene zu informieren? Zunächst mal jetzt für diese Meldung des Bedarfes. Wie Herr Unterseher gesagt hat, wenn Sie nicht am Fernleitungsnetz hängen, dann wäre es in dem Falle hier die Bayern-Netz. Dann schauen Sie bitte, wo Sie heute, wenn Sie Erdgas beziehen, an welchem Verteilnetz Sie hängen. Das ist der erste Ansprechpartner. Viele von Ihnen bei uns bei der Schwaben-Netz, Schwaben-Netz Regional-Econetz. Und wenn Sie ein Unternehmen sind, ein Bezieher sind, der heute vielleicht noch gar kein Erdgas bezieht, aber sagt, Wasserstoff spielt für mich künftig eine Rolle, und Sie sind hier in Schwaben ansässig, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir helfen Ihnen, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Wir sind in enger Zusammenarbeit mit allen Netzbetreibern, Stadtwerke Augsburg-Netze, GmbH genannt hier, oder auch andere Betreiber rund um uns herum, um Schwaben. Das heißt, wenn Sie im Zweifel nicht ganz sicher sind, nutzen Sie unsere Webseite, fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen dann an der Stelle weiter. Vielen Dank. Eine Frage, die anknüpft an die Aussage, das, was Sie vor zwei Jahren gemeldet haben, das ist heute nicht mehr relevant. Sie müssen wieder neu melden. Was sollen Unternehmen tun, die ihre Projekte schon auf der bundesweiten Webseite eingepflegt haben? Zum Beispiel, weil Sie für alle bundesweiten Standorte ein en bloc, ihre Projekte melden. Wie verfährt man damit? Also einer hat bundesweit gemeldet, aber nicht regional aufgesplittet. Was empfehlen Sie? Auch wenn ein Unternehmen bundesweit aktiv ist, muss er bei der Webabfrage standortspezifisch die Bedarfe melden. Also von dem her, es ist keine Meldung, nehmen wir mal als Beispiel BMW, alle Werke von BMW werden bei einer Meldung gemacht. Sondern ein wichtiges Kernkriterium bei der Meldung ist Standortbezug. Projekt- und unternehmensspezifisch müssen diese Meldungen sein. Deshalb kann man die trennen. Man kann sagen, der Standort im Stadtgebiet Augsburg, der wendet, da meldet man die Daten dann zu den Stadtwerken Augsburg oder im Schwabenbereich zur Schwabennetz. Ansonsten kann man standortspezifisch das auch in der Webabfrage reinklopfen. Wir arbeiten sehr vertrauensvoll und sehr intensiv bei der Wasserstoffnetzentwicklung mit den Verteilnetzbetreibern zusammen. Und um bestehende Infrastrukturen nutzen zu können, tauschen wir uns aus und sagen, wie erreichen wir so schnell wie möglich und so kostengünstig wie möglich den Endkunden, der dort einen Wasserstoffbedarf hat. Und von dem her schauen wir Netzbetreiber netzübergreifend auf Schwaben und schauen, wie komme ich über welche Leitung am besten zum Kunden. Und da arbeiten wir seit Jahrzehnten schon sehr gut zusammen. Das werden wir in der Transformation des Gastransportnetzes auch machen. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Punkt an der Stelle ergänzen, weil das jetzt in den letzten Wochen an verschiedensten Veranstaltungen, die wir hier hatten, immer wieder ein Thema war. Sie werden aus verschiedensten Richtungen wahrscheinlich gefragt, was ist denn Ihr Wasserstoffbedarf für die Zukunft? Und es gibt ganz viele, die Interesse daran haben, diese Daten zu konsolidieren, zu sammeln, in Studien zusammenzufassen, damit Aussagen zu treffen. Und das ist alles völlig in Ordnung. Was wichtig ist zu wissen, ist für den künftigen Bedarf, für die Ermittlungen, für die Infrastruktur, ist die Webabfrage, über die wir hier gerade sprechen. Also quasi der einzige Meldeweg, an den Sie verbindlich melden oder unverbindlich in dem Fall jetzt melden sollten, welchen Wasserstoffbedarf Sie haben. Das hat vielleicht in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle mal zu Irritationen geführt. Ich habe ja gemeldet in 2021, warum bin ich nicht dabei? Ja, da ist dann leider an der Stelle eben der falsche Meldeweg genutzt wurden, ohne es wahrscheinlich besser zu wissen, was uns ja auch hier dazu geführt hat. Und dafür herzliches Dankeschön an die IHK hier, diese Veranstaltung heute hier zu haben, um das Forum zu geben, aufzuklären, zu sagen, wie soll es vernünftig passieren, so dass Ihre Bedarfe für die Zukunft auch entsprechend berücksichtigt werden können. Der Stichtag 22. März ist dann einfach verbindlich. Damit ist der Zyklus integrierte Netzentwicklungsplanung 2025 ist vorbei und Sie können dann erst wieder im Februar, März 2026 Ihre Bedarfe einbringen. Kann ich also meinen bisherigen Gasbedarf inklusive einer gewissen betrieblichen Steigerung eins zu eins in Wasserstoff umrechnen oder was ist da möglicherweise in der Fußangele dabei? Ich habe versucht, das vorher schon in meinem Vortrag darzustellen. So einfach sollte man sich nichts machen, sondern es gibt viele Möglichkeiten zu dekarbonisieren. Und für gewisse Anwendungsgebiete macht es vielleicht Sinn, eine Hackschnitzelheizung, vielleicht eine Wärmepumpe, vielleicht auch Geothermie. Gerade bei uns im Gebiet ist Geothermie sehr gut möglich. Man muss alle diese Tools, die man in der Werkzeugkasten hat, um zu dekarbonisieren, prüfen und unternehmensspezifisch entscheiden, was mache ich wie. Eins zu eins, wie es jetzt war, ich habe jetzt Erdgas und mit Erdgas mache ich alles. So einfach sollte man es sich nicht machen und sagen, das wird damit Wasserstoff so sein. Sondern von dem her, gehen Sie Ihre Prozesse durch, schauen Sie, was Sie für Sie als Unternehmen am wirtschaftlichsten und perspektivisch zukünftig erst sinnvollen wie dekarbonisieren können. Und wenn das dann Wasserstoff ist, ist es schön für uns. Wenn es andere Sachen sind, weil es für Sie wirtschaftlicher ist, dann machen Sie bitteschön das. Fragen springen ein bisschen. Jetzt kommen wir wieder von der technischen Seite sozusagen mehr zum Planungsablauf. Man soll es denn einen Plan mit Umsetzungszeiträumen für die einzelnen Regionen geben? Also mit konkreten Datum, man darf damit rechnen und so weiter. Auf was muss man sich da einstellen? Ja, ich denke mal, die große Führungskurse, Herr Unterseher hat es gesagt, ist natürlich das Kernnetz. Wenn das Kernnetz in 2032, so wie jetzt vorgestellt und geplant, errichtet und dann in Betrieb genommen ist, dann haben wir natürlich eine Wasserstoffquelle. Deswegen nochmal Bedarfsabfrage wichtig. Wir als Verteilnetzbetreiber Schwabennetz, wir sind mit Beginn dieses Jahres jetzt in eine sogenannte Zielnetzplanung eingestiegen, für die wiederum auch Ihre Bedarfe wichtig sind. Das heißt, ich skizziere Ihnen das ganz kurz. Wir werden jetzt losgehen und unser Netz uns anschauen. Natürlich von Norden nach Süden kommen. Wenn Sie das Kernnetz vorhin gesehen haben, schneidet das ja unser Netzgebiet so auf der Linie Ingolstadt-Ulm ungefähr. Das heißt, dort wird es dann die ersten Kopplungspunkte zum Verteilnetz geben. Und basierend jetzt auf der Bedarfsermittlung in diesem Jahr werden wir anfangen und schauen, wo sind die ersten großen Wasserstoffcluster bei uns im Gebiet. Wo ist der Wasserstoffbedarf möglicherweise am größten? Und danach werden wir anfangen, eine Zielnetzplanung zu entwickeln, die dann sukzessive die einzelnen Netzabschnitte über die Jahre vorbereitet bis 2032. Und dann wird sicherlich auch zu diskutieren sein an der einen oder anderen Stelle. Und das wird also mit der Webabfrage hier nicht vorbei sein. Man wird diskutieren müssen, wie soll so eine Umstellung denn in Zukunft technologisch erfolgen? Sie haben in Ihren Technologien, in Ihren Unternehmen, die Sie betreiben, bestimmte technologische, prozesstechnische, verfahrenstechnische Rahmenbedingungen. Das heißt, wir werden ja nicht von einem Tag auf den anderen komplette Netzgebiete auf Wasserstoff umstellen können, sondern das wird schrittweise funktionieren müssen. Und nochmal, dafür ist es wichtig, die Bedarfe eben immer wieder rollierend zu ermitteln, um darauf dann die Zielnetzplanung zu machen. Für uns als Schwabennetz heißt das, erster Haltepunkt ist 2032, Kernnetz, wo der Wasserstoff im Norden dann in großen Mengen zur Verfügung steht. Und dann geht das Leben los mit den Umstellungen sukzessive, dann der Dekommunisierung in Deutschland folgend bis 2045, respektive Bayern 2040. Und wenn wir uns mal anschauen, wir haben jetzt 2024, das sind so roundabout 16 Jahre. Im energiewirtschaftlichen Kontext ist das nicht viel Zeit. Wenn die Netzbetreiber farbenblind, haben Sie das so schön genannt, sind und über ein Zertifikatennetz oder einfach über den Verkauf von Zertifikaten, ähnlich wie beim Ökostrom beispielsweise, die Bestätigungen erfolgen, wird damit dann auch eine übergeordnete, anerkannte Grundlage und zum Beispiel mit der DEHST etc. geschaffen für die Anwendung in EU, ETS oder auch zur Definition von Emissionswerten im Rahmen der CO2-Bilanzierung Product Company Carbon Footprint. Also wie hat man das künftig sich vorzustellen? Ich beziehe Gas aus der Leitung, ich bezahle beispielsweise für grünen Wasserstoff. Wie wird das sichergestellt und wie wird das verrechnet? Das ist da schon mal erste Einschätzungen dazu. Aus dem Strommarkt kennt man das ja so ein bisschen, aber wie sieht das dann bei Ihnen aus? Wir sind beim Wasserstoff da, erst bei den Anfängen. Ob das beim nationalen oder internationalen Emissionshandel, bei der DEHST dürfte Wasserstoff im Grunde auch noch nicht so angekommen sein. Wir haben ein Projekt, H2 Cross Border, wo Wasserstoff in Österreich erzeugt wird, grüner Wasserstoff und dann Erdgas beigemischt und dann bilanziell einen Kunden in Deutschland zugeordnet wird. Und da haben wir sehr große Pionierarbeit geleistet, dass diese Zertifikate in Österreich dann in Deutschland alle erkannt werden. Da sind wir zusammen. Die Zertifikate-Stelle in Österreich ist Wechselgrad E-Control oder von der AGGM zur E-Control. In Deutschland ist es die DENA. Und da passiert das gerade, dass jetzt mit der Entwicklung des Wasserstoff-Markt-Designs dann auch das Thema Zertifikate, wie läuft es ab, wie wird das anerkannt, sich entwickeln wird. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir sind auf dem Weg und ein großer Punkt ist jetzt das Wasserstoff-Markt-Design, dass jetzt die Händler aktiv werden können und sagen, okay, ich habe eine planbare Wasserstoff-Infrastruktur und kann jetzt Bedarfe und Quellen zusammenbringen. Und das ist die Hauptaufgabe des Händlers. Der ist im Augenblick bisher im Wasserstoff immer ausgefallen, weil er keine Infrastruktur hatte. Er konnte Bedarfe und Quellen nicht zusammenbringen. Jetzt, wenn verbindliche Planung für ein Kehrnetz da ist, das ist die Stunde der Händler, dass sie jetzt Produktion anreizen können, um die Bedarfe in Wasserstoff zu bedienen. Jetzt haben wir nochmal eine Präzisierung einer vorher bereits gestellten Frage. Die obige Frage, da ging es darum, wenn ich den Gesamtbedarf für ein Unternehmen an verschiedenen Standorten schon gemeldet habe. Wie soll ich dann mit den Einzelstandorten umgehen? Die obige Frage zielte darauf ab, ob Unternehmen, die im aktuellen bundesweiten Formular schon für die einzelnen Standorte ihre Bedarfe gemeldet haben, dies nochmal den jeweiligen Verteilnetzbetreibern kommunizieren sollen. Und wenn ja, wie? Dann ist ja die Zahl am Ende zweimal diese Fragestellung. Geht's? Gut, beantworte ich gerne. Also, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Verteilnetzbetreiber auf, dass der auch weiß, welche Bedarfe Sie haben und welche Sie gemeldet haben. Ich kann hier für Südbayern sprechen und für die Zusammenarbeit Bayernnetz mit der Schwabennetz. Wir werden diese Informationen auch miteinander austauschen müssen, weil wir müssen gemeinsam ein Wasserstoffnetz planen und kreieren. Aber unabhängig davon, erster Ansprechpartner für Sie, wenn Sie am Verteilnetz hängen, ist Ihr Verteilnetzbetreiber. Wenn Sie schon gemeldet haben, auch nicht schlimm, aber informieren Sie trotzdem, idealerweise einfach mit der Kopie der Gemeldung, der Meldungen und sagen, mit dem Hinweis, ich habe schon gemeldet, aber ich gebe es zur Kenntnis noch am Verteilnetzbetreiber. Nicht, dass Bedarfe dann doppelt drin sind. Wir müssen das sowieso konsolidieren, aber idealerweise der Weg dann über einen Verteilnetzbetreiber. Wenn das passiert ist, dass jetzt schon die Daten an beide gemeldet worden sind, dann werden wir das in der Prüfung der Daten dann entsprechend berücksichtigen, dass die Standorte nicht doppelt gemeldet sind. Inwieweit wird denn eine mögliche Selbstversorgung dezentraler Art mit Energie, also mit Wasserstoff in dem Fall, im besten Fall in der Planung beim Netzausbau berücksichtigt? Also, dass man Einschweißepunkte hat, ich verweise auf Ihre Landkarte mit den roten und den grünen Flächen, also Landkreise, in denen Wasserstoff zum Beispiel aus Solarenergie oder aus Windrädern erzeugt wird und Landkreise, die mehr Wasserstoff brauchen werden, als Sie tatsächlich zur Verfügung haben. Wie fließt das in die Planungen ein? In Schwaben haben wir ja gar nicht so eine weiße Karte bislang. Wenn Sie selbst Wasserstoff erzeugen auf Ihrem Werk und selbst nutzen, also nicht über ein öffentliches Gasnetz oder Wasserstoffnetz gehen, dann brauchen Sie das nicht melden. Oder wenn Sie gar nicht vorhaben, den Wasserstoff irgendwo einzuspeisen, weil Sie sagen, Sie produzieren Wasserstoff über einen Elektrolyseur über PV-Anlage, Elektrolyseur und den Wasserstoff fahren Sie dann, weil er zielgerichtet in Richtung Mobilität gehen soll, fahren Sie mit Trailer dann an entsprechende Verteilerstellen und Tankstellen. Das hat nichts mit der öffentlichen Gasnetzinfrastruktur, mit der leitungsgebundenen Infrastruktur zu tun. Die brauchen Sie nicht melden. Aber wenn Sie vom Werk A Wasserstoff produzieren und in ein Werk B in einen anderen Landkreis transportieren wollen, brauchen Sie das öffentliche Netz, dann melden es bitte in dem einen Werk die Bedarfe und im anderen die Produktion. Ergänzend vielleicht noch dazu, und das ist auch Bestandteil der Abfrage, Sie werden das auch in unserem Formular sehen, wenn Sie vorhaben, Wasserstoff in Zukunft zu erzeugen, meinethalb PV-basiert oder Wind-basiert über Elektrolyse und den in die öffentliche Infrastruktur einspeisen wollen, melden Sie dies bitte auch. Immens wichtig für die Netzplanung, denn dann habe ich am Ende ja schon wieder die Möglichkeit Netze zu vermeiden, anders zu dimensionieren, wenn ich nicht nur Einbahnstraße transportieren muss, sondern wenn ich an verschiedenen Richtungen auch Einspeisungen habe. Also bitte, wenn Sie Einspeisungen vorhaben, auch das bitte melden. Noch eine ganz allgemeine Feststellung, danke für diese Informationen, die sind sehr hilfreich, das gebe ich jetzt einfach mal so weiter, das hören Sie bestimmt auch ganz gerne, aber wir machen noch mit Fragen weiter. Zur Abschätzung künftiger Verbrauche ohne einen halbwegs konkreten Preis für Wasserstoff ist keine Wirtschaftlichkeitsberechnung möglich beziehungsweise kann nicht ermittelt werden, welche Technologien wirtschaftlich sinnvoller eingesetzt werden. Können Sie schon eine Prognose abgeben, gegebenenfalls auch nur im Verhältnis zu dem künftig zu erwartenden Strompreis? Das ist die berühmte Glaskugel. Wir alle wissen nicht, was in 10 Jahren, 15 Jahren passiert. Herr Unterseher hat vorhin von Importkorridoren gesprochen. Ich habe mit meiner eigenen beruflichen Vergangenheit mich mit dem Thema auch auseinandersetzen dürfen, Wasserstoffimport. Man kann durchaus davon ausgehen, wenn die Mengen groß genug sind, und davon gehen wir ja alle aus, dass es auf diesem Globus genügend Lokationen gibt, wo wir relativ günstige erneuerbare Energie erzeugen können und dann Wasserstoff erzeugen können und dann ähnlich wie heute im Bereich LNG oder Ammoniak eben transportieren können. Die Eigenproduktion in Europa wird sicherlich immer davon abhängen, welche Strompreise habe ich, welche Erzeugungskosten habe ich, etc. pp. Wenn man vielleicht mal so einen Vergleich aufmacht und sagt, was kostet denn heute das Erdgas plus CO2-Bepreisung, die ja für alle Sektoren ab 2028 im ETS kommen soll. Und wenn man sich dann verschiedene Studien anschaut, wo die Wasserstoffpreise unter bestimmten Annahmen hingehen, dann kommt man schon mit Blick auf Mitte des nächsten Jahrzehnts irgendwo in den Bereich, dass der Wasserstoff dann aller Wahrscheinlichkeit günstiger sein wird. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie für sich selber immer angucken müssen. Am Ende geht es um CO2-Vermeidung. Am Ende müssen Sie sich die Frage stellen, was sind Ihre CO2-Vermeidungskosten? Und das hat der Unterseher vorhin ja auch so schön gesagt, nicht immer ist eins zu eins der Ersatz von Erdgas durch Wasserstoff Mittel der Wahl. Am Ende müssen Sie eine Lösung für sich finden wirtschaftlich, was sind die CO2-Vermeidungskosten? Und ich gebe Ihnen noch ein letztes Beispiel, weil vorhin die Frage ja noch mal kam. Prominent für Wasserstoff im Moment ist die RED2, die Renewable Energy Directive 2, die unter anderem im Mobilitätssektor die Biokraftstoffquote regelt. Das heißt Sie kennen das alle als E10 möglicherweise an der Tankstelle. Die Inverkehrbringer von Kraftstoffen müssen eben CO2 vermeiden. Und da spielt jetzt Wasserstoff in der neuen Novelle seit anderthalb Jahren auch eine sehr große Rolle. Wird angerechnet, wenn man den Wasserstoff zum Beispiel in einer Raffinerie unterbringt. Da gibt es Regeln dafür und am Ende vermeidet der Betreiber, der Inverkehrbringer eben hohe CO2 Abgaben, die er leisten müsste, wenn er nichts tut. Soll heißen, nochmal das gestützt, was der Unterseher gesagt hat, schauen Sie sich Ihre eigenen Prozesse an, gucken Sie sich in Ihrem eigenen Regulativ um, was heißt CO2 Vermeidung und dann kann Wasserstoff eine Rolle spielen, bei Kosten, die sicherlich irgendwann Erdgasparität plus CO2 haben werden oder es sind andere Technologien günstiger, dann gehen Sie bitte den Weg. Wie geht denn der Prozess der integrierten Netzentwicklungsplanung weiter, was sind denn die nächsten Meinesteile, Sie haben schon darauf hingewiesen, diese Abfragen finden ja regelmäßig statt, wo kann ich mich fortlaufend informieren, wann ist der nächste Entscheidungsstichtag, das ist also eine Frage in die Richtung zielt, ich werde es wahrscheinlich zum 22. März nicht hinkriegen, aber wann kann ich dann wieder den Finger heben? Also der Prozess des Netzentwicklungsplanes wird von der neu gegründeten Koordinierungsstelle beim Verband der Fernleitungsnetzbetreiber durchgeführt. Diese Koordinierungsstelle ist im neuen Entwurf des ENWGs festgelegt, dort werden die Fernleitungsnetzbetreiber zusammen mit den weiteren Wasserstoffnetzbetreibern es gibt ja jetzt schon Wasserstoffleitungen, die betrieben werden, also die bilden zusammen diese Koordinierungsstelle und die ist angesiedelt beim FNB Gas in Berlin und über die Seite der Fernleitungsnetzbetreiber Verband fnbgas.de können Sie sich immer über den aktuellen Prozess des Netzentwicklungsplans oder über Wasserstofffragen informieren, gerne auch auf der Homepage der Bayernetz sicherlich auch auf der Homepage der Schwabennetz Energie Schwaben aber die federführende Stelle, die diese integrierte Netzentwicklungsplanung macht, ist die Koordinierungsstelle beim FNB Gas und vom Zeitplan her die Bedarfe werden jetzt ermittelt 2000 bis 22. März dann wird im Mai Juni wird der ein Szenario Rahmen das ist der Bedarfs Bedarfs Darstellung deutschlandweit wird veröffentlicht da können Sie Stellungnahmen nehmen und die BNSA wird dann die Bedarfe bestätigen oder mit Änderungen einen anderen Bedarf bestätigen wir sind da in der Netzentwicklungsplanung Wasserstoff komplett in der Entscheidungsphase der BNSA also wir entscheiden wir Netzbetreiber entscheiden nicht selbst ob wir diese Leitung oder jene Leitung bauen sondern diese regionale Erschließung muss von der BNSA genehmigt werden weil das sind ja dann Netzengelte die gewälzt werden auf alle Wasserstoff oder Gaskunden von dem wir die BNSA durch den Szenario Rahmen genehmigen dann wird aufgrund dieser Bedarfe wird das Wasserstoffnetz modelliert neu modelliert angepasst und dann gibt es einen Vorschlag den NEP Entwurf und in diesem NEP Entwurf sind dann die entsprechenden Leitungen und Anlagen schon drin wird wieder konsultiert und dann im Endeffekt am Schluss bestätigt oder genehmigt die BNSA die entsprechenden Leitungen zum Umstellen und zum Neubauen der Prozess heißt integrierte Netzentwicklungsplan 2025 der soll Ende 2025 mit einer Bestätigung abgeschlossen sein und Anfang 2026 beginnt dann die nächste Wasserstoffbedarfsmeldung wieder im Februar März unter Sie haben gerade schon ganz kurz das Thema Netzentgelte gestreift Wie wird sich denn durch die Umstellung von Gaspipelines auf Wasserstoffpipelines wie werden sich diese Nutzungskosten respektive die Netzentgelte verändern also nicht das was transportiert wird sondern das Netzentgelt selbst Die Netzentgelte muss man differenzieren die bisherigen Erdgas Methan Netzentgelte die werden nicht mit den Kosten des Wasserstoffnetz gemeinsam in den Topf geworfen sondern es werden getrennt sein Das ist die Frage Wie entwickeln sich die Methan Netzentgelte Es werden dort Leitungen herausgenommen und übergeführt ins Wasserstoffnetz also kostentechnisch wird das Methan Netz entlastet Trotzdem müssen Erdgas verstärkende Maßnahmen durchgeführt werden dass die Versorgungssicherheit im Erdgasnetz aufrechterhalten ist Von dem her Prognose ist da relativ schwierig aber ich gehe im Erdgasnetz von gleichbleibenden möglicherweise sinkenden Netzentgelten aus Im Wasserstoffnetz da sind wir zweigeteilt Das eine ist das Kernnetz Für das Kernnetz wird es ein politisch festgelegtes wirtschaftlich akzeptables Netzentgeld geben weil am Anfang wenn der erste Kunde am Kernnetz hängt da kann ich die Kosten des ganzen Kernnetz zahlen deshalb gibt es ein sogenanntes Verrechnungskonto das die Kosten des Kernnetzes bezahlt den Netzbetreibern weil über die Netzentgelte die Kosten nicht gedeckt werden können und beim Hochlauf des Wasserstoff irgendwann wird der Projekten Point erreicht und die Netzentgelte übersteigen die Kosten des Netzes und dann wird dieses Defizit von den ersten Jahren wird dann wieder abgebaut das ist keine Perspektive die nächsten fünf oder zehn Jahre sondern dieses Amortisations Konto soll ausgeglichen sein 2055 also ein langfristiger Prozess damit kann man eben die den Hochlauf des Wasserstoffnetzes schaffen dass man sagt okay wir stellen ein politisch gewolltes Kernnetz für Deutschlands her wie auch die Autobahnen und dann soll über Marktgebühren also über die Netzentgelte soll das über die nächsten Jahre bis 2025 dann bezahlt werden Letzte Frage zum eigentlichen Umstellungsprozess wie läuft dieser Umstellungsprozess ab wie lang dauert das und wird es eine Art von Zwischenlösungen oder Parallelbetrieb von Gas- und Wasserstoffnetzen geben Sie haben ja wahrscheinlich nicht an allen Stellen zwei Rohrleitungen in der Erde wie muss man sich das vorstellen also wie es am Ende ganz genau ablaufen wird da arbeiten wir dran in einem sogenannten Umstellmanagement Projekt nicht wir alleine sondern unter anderem auch beim DVGW und viele andere Netzbetreiber sind da dran der ein oder andere mag vielleicht schon mal was von LH Gas Umstellung in Deutschland gehört haben niederkalorisches auf hochkalorisches Gas läuft ja gerade noch bis 29 meine ich so ähnlich wird das sicherlich auch laufen und ja es wird auch in Zukunft Parallelstrukturen geben und geben müssen da verweise ich mal so ein bisschen auf den Gasnetz Gebiets Transformationsplan der Verteilnetzbetreiber der jährlich erstellt wird in Schwaben auch dazu bei Schwaben wir haben viele Biogasanlagen zum Beispiel ja wir haben im Moment auch einen Hochlauf an neuen Einspeiseanlagen von Biogasanlagen die jetzt gerne ihr Biomethan ins Netz einspeisen wollen was wir vorher verstromt haben das heißt genau das ist was ich vorhin mit Zielnetz Planung gemeint habe wir machen uns jetzt auf den Weg und fangen an dieses Zielnetz zu planen wer wird wann wie auf welches grüne Gas nachher umgestellt und dafür sind diese Bedarfsmeldungen noch mal immens wichtig auch wenn sie heute für sie nicht verbindlich sein mögen aber es hilft uns allen gemeinsam diese Infrastruktur zu entwickeln und lassen Sie mich den letzten Satz noch sagen wir haben über 500.000 Kilometer Erdgas System in Deutschland liegen wir haben 25 Milliarden Kubikmeter Speicher Kapazität in Deutschland wie wichtig das Thema ist konnten sie die letzten zwei Jahre glaube ich sehr intensiv mitverfolgen und wir wissen und wir glauben sowohl technisch als auch sozioökonomisch dieses System nicht zu nutzen in einem erneuerbaren System in Kombination mit dem Stromsystem wäre sträflich und deswegen wir sind bereit wir setzen alles dran technisch und wirtschaftlich dieses System auch weiterhin in der Zukunft nutzen zu können es war jetzt sozusagen zum Schluss auch noch eine politische Aussage die kann man durchaus deutlich zwischen den Zeilen heraus lesen ganz herzlichen Dank Herr Unterseher ganz herzlichen Dank Herr Schof wir freuen uns dass ganz 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 anliegen wie es auch am Anfang einfach rüber gekommen ist es geht am Ende nicht nur um den Bedarf Ihres Unternehmens sondern um eine Infrastruktur letztlich für den gesamten Wirtschaftsstandort Schwaben Herzlichen Dank die Informationen aus diesem Webinar die Folien die Sie gesehen haben die kriegen Sie morgen paar Meile wir freuen uns dass Sie dabei waren und hoffen dass Sie mitmachen Vielen Dank Vielen Dank